Test, könnt ihr mich hören? Ne, können sie nicht. Alter, geil. Übel Bock. Fangen wir an. Moin Leute, Trimax hier. Wir zocken heute wieder im Mongas. Wieder mit einer richtig geilen Gruppe. Das ist fantastisch und macht Spaß. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Highlights. Wenn ihr die nicesten Runden nicht verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Ja, fertig mit dem Intro. Intro ist vorbei. Ich habe eine 100% Crew-Win-Rate und die möchte ich gerne halten. Achso, G-Time ist dabei. Das Spiel ist zum allerersten Mal. Der kennt keine Task. Test, könnt ihr mich hören? So, an wen klammer ich mich mal jetzt? Guter Run. Es ist Fiene, danke fürs Gespräch. Oh mein Gott, Fiene. Das war jetzt nicht der smarte Team-Rate. Wir reden nicht darüber. Finde ich sogar, woher es tatsächlich war, weil es auf Chef Strobel war. Ich hatte gerade einen Brain-Lag. Schade, schade für den anderen. Halt echt, es tut mir leid. Ich habe das gleiche gemacht. Ich habe genau das gleiche gemacht wie Fiene. Das ist aber eine harte Karma-Schelle, finde ich. Clean. Das erste Mal überlebt, jetzt geht's los. Holy shit, Alter. Nach einer Stunde, 20 Minuten und ich lebe. Das wird's jetzt. Wieso ist es die ganze Zeit so komisch neben mir? Oh mein Gott, wie satisfying. Alter. Nein. Oh. Die harte Person hat zwei Leute getötet, die letzte kurze Zeit. Wer hat eben als allererstes Fiene ausgecallt? Als zweites war es eben Reapers und als erstes war das? Okay, also haben genau die beiden Leute, die gerade gesagt haben, viele, weil die hätte ich nicht ausgeschlossen. Nee, Reapers und Tim Jacken haben es gesagt. Ah, okay. Also Tim Jacken 100% safe und Reapers werden 100% safe, aber der ist jetzt tot. Weil die haben, sonst hätten ja ihren Mate direkt verraten, den ihr nicht machen müssen. Stegi, du brauchst du leid. Ich glaube, ich habe ein Megafon. Ich war electrical. Bin electrical, habe ich alle Tasks fertig gemacht. Dann habe ich einen Hebel umgelegt, dann musste ich in einen anderen Raum. Dann bin ich rausgelaufen und mir kamen gegen Reapers. Dann hat er wahrscheinlich seine Tasks gemacht. Dann habe ich meine Tasks links unten bei dem Generator gemacht. Habe ich geguckt, ob Reapers noch lebt. Und bin mit G-Time zusammen ab dort hoch in den Electrical gelaufen. Und deswegen, ich würde auch absolut 100%ig G-Time. Kann ich eine wilde Frage stellen? Weil guck mal, das Ding ist, wo liegt der Buddy, Junge? Vend electrical. Okay, pass auf, weil ich war die ganze Zeit in Camps. Ich war auf der linken Seite Reaktor mit Fabo, der kann den Kill nicht gemacht haben. Und glaube, G-Time, ich weiß nicht, ob der am Ende noch da war. Nein, G-Time kann es auch nicht gewesen sein. Ich war kurz aus Camps raus und ich habe diesen Bug gehabt, dass ich in Mad Bay jemanden habe rauswenden sehen. Aber ich weiß nicht, wer es war, aber der Vend ist halt aufgegangen. Es war jemand, der von gewendet ist. Wie lange warst du aus Camps raus, Caruso? Nee, aber Caruso, du hast mich auch in Admin gesehen, ne? Hast du auch in Admin gesehen? Boah, das kann fast nicht sein. Wir können zwei Leute nicht decken. Trimax und Caruso. Du hast mich die ganze Zeit gesehen, Unge. Ja, genau. Ich habe gesehen, wie wir an der Kabeltast standen in Storch und dann bist du nach links unten gegangen, da, wo der Mord passiert ist, oder? Ich bin dann hochgegangen, die Cafeteria. Wirklich, bist du in die Cafeteria gegangen? Ich bin ganz links oben, habe die Cafeteria, die Kabeltast und die Kabel waren alle parallel ultra-satisfying. Ah, okay. Dann lass uns einfach Caruso im Auge behalten. Weil, das Ding ist, ich kam aus einer Vigation draußen, die Camp waren nicht an. Ich habe gesehen, dass jemand in Mad Bay in Dings gewendet ist. Ja, oder du bist gewendet. Ich lauf mit G-Time. Nee, der kann mich nicht covern. Ach, scheiß drauf. Nee, oder? Warte mal, sind jetzt hier in der Cafeteria noch die Kabel fix? Sieh noch viel eben? Nee, alle wieder neu. Oh, okay, das kann ich die nochmal machen. Oh nein, die abmachen wieder. Das ändert sich? Das ist interessant. Damit bin ich ultra-unsass, weil das kann ich gleich erzählen. Das ist was, was ich vorher nicht wusste und die anderen, glaube ich, auch nicht. Das ist ein saugutes Alibi. Heftig. Das erzähle ich denen gleich. Und dann wissen sie, ich kann es nicht sein. Yo, Gamer. War das Simon? Ich habe Simon gesehen, wie er... Ich habe nichts gesehen, ich habe nur die Leiche gerade gefunden, wie er... Ich suche die Map kurz. Bei Reaktor im Gang. Im Gang liegt es sogar. Simon ist tot, es muss Caruso sein. Genau, deswegen habe ich dich auch gerade gewotet. Ich habe mit dir zusammen die Gläser abgeholt und dann bin ich rechts rausgelaufen in Admin und dann war ich in Storage und dann habe ich unten links getankt. Ich habe gerade jetzt am Ende in Lights mit Tim Jackson. Ich hau auch Caruso raus. Finde ich gut. Natürlich, I like that. Haut mich einfach raus. Aber ja, Caruso, wenn du ja electrical bist, ist das echt ein schöner Bandweg. Kann ich auch was kurz sagen? Zu Security, zu Lights. Also ich habe da diesen Task gemacht, der da angezeigt wurde mit dem Pfeil und mir sind Caruso und Tim Jacken sind da auch in den Raum reingekommen. Beide. Du hast Caruso reinlaufen sehen, auf jeden Fall. Ja, ich habe Caruso auf jeden Fall gesehen. Der kam auch in diesen Raum rein. Ich kam ja auch vom Tanken. Natürlich bin ich da hingelaufen. Aber das Komische ist, ich kam vom Tanken halt, ist das Ding. Ich habe dich aber nicht gesehen. Ja, das merkt man nicht, Caruso, ne? Also vielleicht haben wir uns nicht gesehen, weil Lights out waren. Also ich habe getanzt, oder? Vielleicht auch vanish. Ja, wir hauen Caruso raus. Jetzt Caruso, jetzt Caruso. Er war ja gesagt, nein, Stegi, Tim Jacken, pass auf, wir skippen. Ich bin's. Nein, ihr votet. Wirklich nicht. Wir haben einen Imposter mit Fiene 100% raus. Du bist der Zweite. Es wäre einfach nur sick für den zweiten Imposter, wenn ihr mich jetzt rausholt. Warte mal, Trimax, wo warst du? Ich war tatsächlich wieder, ich habe ein fantastisches Alibi. Die Kabel waren eben parallel, ich bin wieder hingegangen, weil ich habe es noch nicht fertig verbunden, weil ich das meinen Zuschauern gezeigt habe, wie wunderbar fantastisch das ist. Dann kam der Report, es wurde abgebrochen, ich laufe wieder hin, verbinde es wieder parallel, aber diesmal waren die Kabel anders angeordnet. Wusstet ihr das überhaupt? Hallo, dafür muss ich viel mehr gefeiert werden. Ich habe einen Fact rausgehauen, den Caruso nicht kannte, das ist über krass. Ich höre raus, Timon. Ich mag echt Timon. Aber ich bin im Poster-Trimax, warum soll ich denn jetzt irgendwie irgendwas appreciaten? Ich werde hier random rausgebaut, wo mein Arsch stimmt. Oh, da hast du Caruso was falsch gespielt. Ja, das sind wahrscheinlich viele. Meine parallelen Kabel haben das Game gewonnen. Caruso ist einfach zu wack. Wieso hast du mich gekillt, obwohl ich gesagt habe, wenn ich sterbe, ist es Caruso. Können wir bitte einmal nicht drüber reden? Es war direkt mit Stegi, Light Out, niemand hatte zu tun. Alter, Caruso ist zu mir leid. Krass. Tess, könnt ihr mich hören? Das ist aber auch an Lucky, ne? Ja, dener ist der Beste. Oh, war ich nicht gemütet? Sorry, jetzt habe ich schon den Poster verraten. Sie sind aufs Club gegangen, was soll das? Stegi ist auch nicht da. Wieso klappt das? Fuck. Oh mein Gott, der Kamera. Der ist hellblau, nicht echt, ne? Oh, H3. Wer war gerade an den Kameras? Ich habe übrigens gesehen, dass Chef Strobel liegt zwischen O2 und Navigation. Habe ich in der Cam gesehen. Aber hast du jemanden in, wie heißt es, oh mein Gott, in Medbay? Ja, Caruso ist reingelaufen. Okay. Warum? Weil der da drin steht. Ich habe sogar gewartet, ob ihr wieder rauskommt, so nach dem Motto. Ich habe halt, ja, genau. Ja, ich kam. Also Reefers, wen hast du gefunden? Electrical, unge. Ich habe auch niemanden gesehen, Alter. Ich bin da voll die Wagen. Ich und Stegi war mit ihm drin und dann sind wir aber raus. Ja, der ist schon vor fünf Minuten. Ja, genau. Und Tim Jacken war links und Caruso war Medbay. Dena, DJ war in meiner Zeit. Warte mal, erzähl mal ein bisschen. Warte mal, können wir mal den Wert? Hallo, bin ich gut, ich bin ein Poster? Ja, ja, schön und gut, aber du warst das doch Caruso, oder? Du hast doch gerade gesagt, ich bin ein Poster, ich bin ein Poster, ich bin ein Poster. Ja, das war ich, ich will auch so nicht. Okay, perfekt. Dena, was hast du gemacht gerade? Felix, du. Joongel. Gut, lass uns rauskommen. Was ist das für eine loste Runde? Stopp mal ganz kurz. Jetzt bin ich das erste Mal nicht tot. Jetzt will ich dir nicht verkacken. What the fuck? Caruso, mach deine Plays. Ich habe keine Infos. Jetzt, jetzt, jede Runde gewinnt Chef Stromel. Jetzt bin ich mal, dass ich lebe und Chef Stromel ist tot und jetzt sind wir hier wieder so mega lost, oder was? Die einzige Person, die ich nicht gesehen habe, ist Dena. Pass auf. Dena hat mich auch nicht gesehen. Tim Jacken ist ein bisschen zass, dass er die ganze Zeit in Camps war. Mein Mikro war aus, mein Mikro war aus. Ich bin losgelaufen, Cafeteria. Dann bin ich bei Weapons rein, runter Richtung Navigier. Ich die ganze Runde, die letzten 10 Sekunden. Die letzten 10 Sekunden war ich bei Reaktor. Ich bin praktisch oben einmal so eine lange Runde gelaufen. Tim, stimmt es? Weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Ich habe Tim bei Security am Ende noch gesehen. Wer hat Caruso gebotet? Ich, ich. Echt? Bist du dir sicher? Nee, ich habe einfach nur, weil er am Anfang gesagt hat, ich bin Imposter, ich bin Imposter. Und dann dachte ich, weil das lustig war, dann vote ich ihn. Danke, Stegi, habt dich lieb. Jetzt mache ich hier mal die Camps. Channeling. Channeling. So Caruso, dann erzähl mal. Ich erzähle dir alles, was du wissen möchtest, TriMax. Warum bist du nicht O2 fixen gelaufen? Du bist mir die ganze Zeit hergerannt, dann war O2 Alarm und du bist in Electrical reingelaufen. Ja, das spricht los richtig. Was soll ich dir jetzt noch erzählen? Machst du nicht immer Teil zuerst? Ja, das Ding ist, Reapers ist uns entgegengekommen und ich dachte, was macht der links? Er hat sich einfach nur an die Camps gestellt. Ich dachte, wenn jetzt jemand tot ist, dann potentially in Mad Bay, weil er hin und her gewendet ist, oder in Electricals, beides nicht passiert. Wir hatten mit dir O2 gefixt, Max. Stegi kam und als letztes kam Tim Jacken. Also in meinen Raum, bei Admin, glaube ich. Das heißt, Fabo und Dena haben das oben rechts gefixt, oder? Ich war zuerst bei Fabo oben und bin dann runtergelaufen, um zu gucken, ob da jemand totliegt vielleicht. Okay, also Fabo und Tim Jacken sind halt entweder dann bei dem Poster oder bei der Crewmate, weil das wäre ein Easy-Kill gewesen. Sie waren ja komplett alleine. Das gleiche kann ich aber auch sagen für TJ. Ich habe Fabo gesehen am Ende. Ich habe Fabo gesehen auf jeden Fall. Der war, nachdem es gefixt wurde, kam er runter Richtung Communications. Ja, genau. Und in Communications... sozusagen die, die alleine unterwegs waren und niemanden getötet haben. Aber alleine der Fakt, dass sie alleine unterwegs waren, ich war davor mit Tri-Ax unterwegs, macht sie für mich ein bisschen subs. Ich war nicht alleine unterwegs. Nee, warte mal ganz kurz, Caruso. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. In Communications, Dena, du standst ganz links unten im Eck. Warum? Wen hast du gevotet, Caruso? Ich habe geskippt. Hä? Achso. Wollen wir gerade sagen, Wollen wir gerade... Das fand ich ein bisschen komisch. Dass Dena gesagt hat, der unten links in Communications eine Aufgabe macht. Da ist keiner. Jünger, ich habe irgendwo in Communications eine Aufgabe gemacht. Das war so Mitte der Runde. Das ist jetzt halt ein bisschen her. Ich weiß es nicht mehr. Ich könnte mich dafür rausworten, dass ich nicht mehr weiß, was es war. Nein, machen wir nicht. Nein, nein, nein. Nicht bei sieben. Das ist ein bisschen zu risky. Wie lange... Chat, ganz schnell. Wie lange kann ich angreifen? Wie schnell kann ich nach dem Wenden angreifen? Wie schnell geht das? Ganz schnell. Direkt? Direkt? Ist der da noch? Der rennt zu gut. Krieg ich Tim Jacken noch? Das ist Max. Max, willst du was sagen? Komm, sag. Falsch. Wieso bin ich's? Du bist aus dem Wend gekommen. Ja, sag. What the fuck? Nee. Doch. Zieht das? Das zieht. Aus welchem Wend? Was willst du denn als... Aus welchem Wend bin ich denn gekommen? Max, wo warst du denn jetzt? Wo warst du denn jetzt? Ich bin in Camps reingelaufen. Da stand Reapers. Dann bin ich ihm zusammen unter zu Electrical. Dann ist uns Tim Jacken entgegengekommen. Dann hab ich in Edmund eine Aufgabe gemacht. Dann ist er anscheinend war in sein Cafeteria gelaufen. Und hat jetzt gesagt, ich bin gewendet. Max ist gewendet. Wohin denn? Guck mal, ihr habt gesehen, dass die Camps die ganze Zeit an waren, oder? Ich war am Ende bei Camps. Ich war bei Camps und da war aber keiner sonst. Deswegen kann das nicht die ganze Zeit angewiesen sein. Hör zu. Ich hab sogar gesehen, wie du aus Mad Bear rausgekommen bist. Das ist vielleicht auch eine interessante Info für dich. Aber vielleicht bist du auch Imposter. Ich war ganz lange an Camps. Hab dann mal so gebetet. Bin rausgegangen. Ich geh aus meiner Camp raus. Unten nach rechts steht Max. Und der sagt, oh ja, der ist doch in den Raum reingekommen. Wahrscheinlich chillt so unten nach rechts am Vent. Da hab ich rausgerannt. Der Typ hat mich verfolgt. Die ganze Zeit, der hat mich nicht einholen können. Ich hab dich überhaupt nicht die ganze Zeit verfolgt. Tim Jacken hat uns doch noch so gesehen. Ja, weil du bist verfolgt. Das von Dings. Von Security aus seid ihr dann. Also ihr wart beide in Security, oder wie? Ja, und der hat mich verfolgt. Du bist über Lower Engine aber gerannt, oder Reapers? Also Tim Jacken muss das bestätigen können. Das ist ein zu leichter Trick. Da kann ich ja immer einfach Cafeteria laufen, sondern ich hab Reapers Wenden gesehen. Das ist ja raus. Wen votet ihr? Dann müssen wir Reapers voten. Also warum sollt ihr das sonst machen? Nein, du kommst nicht los. Alter, what the fuck? Was ist das denn? Ja, traut mir. Es ist wirklich Bugs. Warum soll ich so einen random Call machen? Boah, let's go, Fabo. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hat's Nasenbruch. Bitte, jetzt. Reimax voten, einfach Max voten. Hey, what the fuck? Max, los geht's. Ich war der Zweite beim Reaktor. Ja, du warst den Fünftigen beim Reaktor. Und Dena kam nicht für den Double Kill. Der ist der Fünftige dabei. Da sind es doch Reapers und Fabo, die voten einfach so. Können wir mal kurz... Der läuft die ganze Zeit zu Emergency und haut einen nach dem nächsten raus. Ihr lauft einfach so zu Emergency und Fabo und Reapers hauen mich raus. Ich hab ihn nicht verteidigt, sondern ich hab ihn gefragt, wo er war. Da ist gerade Fabo, ist das Problem. Da gibt's... Würdest du Trimax voten? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich hab... Ey, wenn das klappt, pass ich's nicht. Das kann, das kann, das kann nicht klappen. Er ist jetzt schon wieder Emergency gelaufen. Wenn es jetzt weitergeht, läuft der wieder Emergency und sagt, haut ihn raus. Ich vote gerne mit euch mit. Aber sagt mir, was sind jetzt die genauen Beweise, die wir gegen Max haben? Dass er gewendet sein soll oder irgend noch was noch ist? Ja, ja, zu 100%. Aber das wir in Wenden, du hast nur gesehen, dass er im Raum war und hast nicht genau gesehen, wer reingekommen ist. Das ist nicht so krasser Beweis. Für mich sind's Reapers und Fabo. Also, lass uns doch jetzt beobachten und gucken, was er macht. Nein, nein, nein. Leute, hä? Was? An Double Kill und dann... Es sind noch 10 Sekunden, ich hau Reapers raus. Das ist ja... What the fuck? Rot mit einfach Max eigentlich lost. Keine Ahnung. Dankeschön. Und Dena ist der andere. Safe, der hat mich auch beobachtet. Also, wenn Max es nicht ist, dann sind Stege und Dena. Ja, dann... Nee, dann... DJ und Fabo. Und vielleicht auch Simon noch. GG an Reapers. Ich bin raus. Kein GG, ich bin Crewmite. Ich kann mich sabotieren. Ich hätte die Tür zumachen können. Ich hätte beim Wegrennen Tür zumachen können. Und gerade als ich aus dem Wendt gekommen bin, war er schon raus aus dem Raum. Ich dachte, ich kann immer den Weg hier abfangen. Aber dafür habe ich mich noch lange gehalten. Das war aber auch ultra unlucky. Er ist in Camps drin, ich komme raus und dann kriege ich ihn nicht tot. Und hier in die Kurven perfekt laufen und schnell laufen, das klappt eh nicht. Ich hätte ihn sehr gerne erwischt. Wir hatten einen unglaublich guten Start. Man kommt hier raus und hier hätte ich ihn töten können. Aber er war dann schon weg. Wieso hast du nicht bei den Reaktern gekillt? Naja, das geht ja nicht. Double Kill Reakt hat doch noch nicht gereicht. Wir waren doch noch vier Leute. Two versus Two ist insta- Ja, okay, dann ist es definitiv lost. Wir waren sechs. Wenn man Double Kill macht, noch vier Leute. Ist sofort gewonnen. GGs. Boah, oh mein Gott. Alter. Man muss sagen, das war geschlechtesste. Das war die schlechteste Runde. Die schlechteste Runde, die ich hier gesehen habe. Ich sage euch doch warum. Nicht nur von der Post an, auch von der Crew. Nein, nein, nicht von der Post an. Von der Crew. Die Crew war echt lost. Ihr habt erst Tribes und Dana die Sieg geschenkt. Und dann haben Dana und Tribes die Sieg nicht genommen. Wir hätten einfach Double Kill machen können. Wir hätten Double Kill machen müssen, Dana. Ich war bald zu lost dafür. Völlig zu lost. Ja, habe ich ja eben gerade selbst gesagt. Ich kann die Türen nicht schließen, wenn ich renne. Ich kann nichts sabotieren. Ist euch nicht aufgefallen, dass wirklich die komplette Runde nicht sabotiert wurde? Von mir und Dana gar nichts. Keine Tür ging zu. Einmal Reaktor in 20 Minuten. Ja, du fühlst es auch so geil wie Max. Einfach eine halbe Stunde warten, aus dem Band zu gehen. Und er geht in dem Moment aus dem Band, wenn Reapers von den Camps weglochen. Hat man ja nicht gesehen. Hat man ja nicht gesehen aus meiner Perspektive. Also dafür, dass Max und ich so schlecht waren, sind wir weit gekommen. Der Anfang war unglaublich gut von uns. Wir haben einfach am Anfang alles getötet, was sich bewegt hat. Wir haben einfach alles getötet, was sich bewegt hat. Der wusste denn wir nicht. Das wusste ich nicht. Wohin sollen wir das denn wissen? Play again, play again. Dann habt ihr gewonnen. Play again, play again, play again, play again.